meine freunde herzlich willkommen hier bei mir auf dem kanal wir spielen heute call of duty modern warfare mit dabei ist der arthur happy und pascal und der schämmer ist dabei aber das spielt nicht so ich muss ja mal eine abendlos level hast du schon die olga die olga die olga auf gold bekommen schiller in der mitte achtung zwei mal quickscope zwei mal daneben ich könnte schon wieder ein stadio macht doch was ich habe schon drei man schießt auf eine wasserflasche da kriegt die jeder krieg nicht zu viel die rennen zu dritt rum ach gott ich steh da vorn das gibt es heute alter salz was ist denn das da für was ist denn das ich habe jemand mit der hand die ziel auf die ich habe einen hier ich habe einen das ist so bitter das gibt es auch nicht das ist das ist nicht wahr wir chillen da oben packen wir einen noch komm 2 5 dem erkel das ist 2 abschluss bestätigt 3 ich habe 5 so 2 3 4 kommst du hin und fällst direkt um weißt du ich drück auf schießen und es passiert einfach nichts einer fehlt noch dann haben wir dir geräumt dann haben wir dir geräumt dann haben wir kurze 15 das schneider 20 da haben wir die hälfte geschafft bewegung 5 alter manchmal habe ich das gefühl du zielst auf leute und dann verzieht die waffe auf einmal ich bin ja froh dass ich des quickscopes mächtig bin das gibt es doch gar nicht nein so ich kann richtig spielen um das ding mal wieder drehen oder da oben im büro alter passt auf da nicht das ganze büro das ganze büro ist toll ich habe dich gerade gerettet und von hinten werden es fort nicht meine schönen vorritte sind dahin so meine vorritte wurden geschnackt das gibt es doch gar nicht so jetzt geht es los jetzt geht es los ja das sagst du uns immer und dann zeigst du uns deine minuskarte die alle wieder haus alter das ist nicht wahr ich bin auch so schlecht das problem ist ich weiß ja wie aber die sprechen sich ab ja oh schon wieder vor wenn jetzt wieder einer von euch zu helfen klar ich vorr esse treff die 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 Mit dem NG wird's ja auch nix. Ja doch. Wolltest du uns grad eben noch erzählen, wie räumst du jetzt? Und was hat er gesagt, glaub ich, ne? Und was hab ich gesagt, er präsentiert uns bei der Minus-KD? Ja. Pssst. Jetzt guck mal, was hast du denn für die KD? Spielbericht. Wo ham'n denn? Hahaha. Okay. Nächste oder andere ist das jetzt freigeschaltet, ne? Boah. 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 Ich muss doch keine 25 Matches ballen, oder? 8 hab ich, ne 9 hab ich jetzt. So, nächste Runde, was ist? Die Stellung. Krass, ne. Das ist wenn es mal was. Aber ich glaub, er ist... ...verabschiedet? Ich glaube ja. Ah, ne doch nicht. Ich glaube ja. Ah, ne doch nicht. Ich bin jetzt ruhig. Wie hat mein Opa schon immer gesagt? Es geht ums Prinzip. Bei Call of Duty. Höh, erster Kill. Hör, er läuft mit der... Alter, der macht mir wieder Pistole weg, Alter. Wie peinlich. Blinsgranate! Was ist das denn? Was hat er denn genutzt? Die Armbrust Camper. Passt drauf, da läuft einer mit der Armbrust quer. Ja. Wir haben mich wirklich nicht. Oh, wir sind in einem Haus. Oh, er hat nicht Strom drin. Oh, deine Eltern sind Geschwister. Da drüben in dem Haus, da leuchtet 5 Visiero. Und kotzt. Hm. Ich krieg keinen Wichs davon. Guck mal, dass ich von hinten rein komm. Ich geh auch von hinten. Da, von hinten, Achtung! Macht euch bereit, wir wechseln gleich. Zwei. Schuhe! Feindliche Vorräte näher. Der Feind hält die Stellung. Zwei. Er hat ein Hitmargeld, schade. Wo? Äh, in dem Haus, wo es ist, Snipern die ganze Zeit. Dankeschön. Feindliche Schichtgeschütze auf dem Schlag. Ne, ich mach drei Grönze, wenn diese... Schuhe! Oh Gott, hier! Da ist ein Schild geschützt. Mhm. Ach, Mensch. Der hat ein Schild geschützt, hat ein Hitmargeld. Zehn Sekunden. Aaaaah. Voll ins Frissbrett. Jo, mein Gott, nee. Los, auf zur nächsten. Komm, wir müssen jetzt mal eine Stellung einnehmen, hey. Das gibt's doch gar nicht. Ja, mach doch mal. Jawohl, fünf, los geht's! Jawohl, Happy ist schon mal dabei. Feindlicher Präzisionsluftschlag! Der kommt! Hm, auf mich. Egal. Jawohl, er hat eine Schluckrinde. Deine Eltern sind stolz auf dich! Wow! Der Feind hat die Stellung erobert. Stellung umkämpft. Stellung umkämpft. Feind am gelben Gebäude. Das sind so suchtig, die spielen ganz nix anderes. Die gehen nicht arbeiten, die spielen einfach nur Stellung. Feind am gelben Gebäude. Wie er das weiß, alter. Haha. Ob die überhaupt duschen so viel wie die schwitzen? Die müssen unter der Dusche spielen. So, zwei hab ich. Habe die Hälfte geschafft. Bewegung! Ich chill leider oben auf dem Dach. Stellung umkämpft. Stellung umkämpft. Stellung umkämpft. Stellung umkämpft. Stellung umkämpft. Ja, er hat eine Schluck. Da hat es 720. Ach, da hinten. Das ist die Waffe, mit der sich eine Mutter am liebsten. Spielt. Das ist doch gar nicht, ey. Ja. Ist gut. Erzähl mir mehr. Feindlicher Wiese. Oh, richtig geil. Oh, kakete. Oh, er spielt auch mit der 725. Wahnsinn. 50! Fragt rein. Oh, yo. Raketenwerfer, nun. Oh... Boah... Wie tolles runter! der von wo denn wir haben die stellung eingenommen ja das haben wir alter du mit einer 725 habe ich aber eben angekündigt ich bekomme safe in meinen vorräten ne kommt der drohne ne drohne versuch das mit der pistol aller ich bleibs nicht weiter ja von hinten mit der schroti auf mich hat einer erge nimmt und am bordell ist doch falsche karte oder ja der wirft sachen und kann gleichzeitig schießen auf rein jetzt wurde noch einer nein ich war unterwegs das ist echt ja bitte das beste fand ich gestern diese kleinen kinder die fanden toll ja die waren geil eeeeh ach Gott sorry noch eine dort ja auf die entfernung mit dem headshot saugut hä ich wünsche ja keinem was böses ich bin der liebste mensch aber dem das geht gar nicht ne dem wünsche ich heftigen durchfall und dem auch alter ja ich bin allein er lässt mich erst sterben was für judas ich bin vorbei jawohl sie haben hart zugeschlagen gut wir werden das nicht vergessen danke fürs zuschauen like, abo, kommentar wie immer gern gesehen wir sehen uns in den nächsten und bam das war die erfahrung aber die erde machts gut tschau 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 tschau